Musik 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 Zur Fasnacht höre Fasnachtsküchlein Musik So hat man sie früher selber gemacht. Und so besorgt Goob das heute für sie. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig geknettet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hochdünn ausgewalzt, dann blitzschnell ausgestanzt und im heissen Fett knusprig backen. Jetzt werden die Fasnachtsküchlein noch mit Buderzucker verschönert und von Hand sorgfältig zusammenträgt, damit sie nicht zerbrechen. Fasnachtsküchlein von Goob Jeden Tag knusprig, frisch und zerbrechlich. Guten Abend miteinander. Wie Sie ja wissen, haben wir letzten Herbst eine grosse Öpfellärmung. Darum zeige ich Ihnen heute ein besonderes Öpfeldessert, eine echte Götterspeisse. Ich habe Öpfel geschält, Kerngehäuse rausgenommen und in Schnitzel geschnitten und koche sie zusammen mit Most, Zucker und abgeriebener Orangenschale zu einem Mues. Was ich hier schon bereit gemacht habe, ist eine Päckchen Vanille-Creme mit einem halben Liter Milch. Diese Vanille-Creme wird jetzt lageweise mit Löffelbiscuit und Äpfelmus in eine Glasschüssel gefüllt. Die letzte Lage ist dann wieder Vanille-Creme. Dann kommt das Dessert für zwei Stunden in den Eiskasten. Vor dem Servieren können Sie den schönen Götterspeisse mit Orangenschnitzel und ein bisschen Schlagrahm garnieren. Ich bin ganz sicher, von diesem Dessert bleiben keine Reste. Viel vergnügen. Goob offeriert Ihnen Coca-Cola Light 1 Liter für nur 90 Rappen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goob Hinterschinken 100 Gramm für nur 1.70 Rappen. Und nur morgen über morgen und am Samstag Brüsseler Chicorée 1 Beutel an 500 Gramm für nur 1.50 Rappen. Auf Wiedersehen.